Großer Gott, hier ist Joe. Das ist ein Serienmörder. Ich muss sofort zu ihm. Ich denke, du machst einen großen Fehler. Bei allem Respekt, ich halte nicht das geringste von paranormalen Phänomenen. Ist kein Problem, mir geht's genauso mit Psychoanalytikern. Ihr beide werdet ein fantastisches Team. Darf ich sie anfassen? John, was siehst du? Ich bin nicht sicher. Joe, sieh dir das an. 4.16 Uhr. Ein Bibelfers? Nein, die Uhrzeit. Exakt 4.16 Uhr. Er wusste, dass wir genau um 4.16 Uhr in der Wohnung sein würden. Weil er alles weiß. Er ist wie ich. Er sieht Dinge. Aber er ist besser. Sehr viel besser. Los geht's! Los, los, los! Das Ganze ist eine Falle und wir laufen direkt hinein. Links! Sag mir, was los ist. Er ist uns weit voraus. Wir tun genau das, was er von uns will. Er ist mir weit überleben. Ich kann ihn nicht aufhalten. Und ich frage mich auch. Ist es richtig, ihn aufzuhalten? Ich wollte sie schon so lange kennenlernen. Ich kann nicht glauben, dass wir uns endlich gegenüberstehen.